Hallo liebe Campingfreunde. In den letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie ich unser Android-Radio im Wohnmobil eingebaut habe und wir waren jetzt das erste Mal auf einer etwas längeren Tour für eine Woche in den Herbstferien im Harz und ich möchte das zum Anlass nehmen, euch zu zeigen, was wir so für Apps auf dem Radio installiert haben und wie wir so unterwegs sind. Ja und so sind wir gestartet, bevor wir umgebaut haben. Wir hatten hier dieses Blaupunkt-Radio verbaut, leider nachher mit defektem Navi. Darüber immer ein Tablet, meistens ein iPad, hier jetzt mit Co-Pilot als Navigation drauf oder zum Beispiel für Spotify zum Musikhören während der Fahrt. Dann gab es da immer noch eine GoPro an der Scheibe, die leider dazu geführt hat, dass wir die Jalousie nicht mehr so einfach zumachen konnten. Die haben wir als Dashcam genutzt. Ja und dann hat der Ducato dieses besondere Problem, dass man den Tacho etwas schlecht ablesen kann, dort hinter dem Lenkrad und deswegen hatten wir gleich neben dem Lenkrad immer nochmal so ein GPS mit einer recht genauen Geschwindigkeitsanzeige. All diese Funktionen wollten wir jetzt in ein Gerät verpacken und das war der Grund für den Umbau auf unser neues Android-Radio. Natürlich habe ich eine Vorstellung, wie die Oberfläche des Radios aussehen soll. Ich bin da ziemlich vorbelastet, denn im täglichen Leben fahre ich einen Tesla und der hat, das weiß man in der Mitte, auch ein großes Display. Nochmal deutlich größer als das vom Android-Radio und ich finde, dass dieses System, das Entertainment-System von Tesla einfach perfekt ist, was die Darstellung verschiedener Funktionen während der Fahrt angeht. Das Display von Tesla ist dreigeteilt. Man sieht hier am linken Bildschirmrand die Fahrzeuginformation, die aktuelle Geschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit, die aus Karten ermittelt wird und andere Informationen zum Autopilot zum Beispiel. In der Mitte gibt es das große Navi, eine große Karte, die mal mehr, mal weniger zu sehen ist, je nachdem, wie groß man die anderen Fenster einblendet. Man hat hier auch immer die aktuelle Position angezeigt und kann relativ schnell auf Ziele zugreifen und unten am Bildschirmrand die Multimedia-Leiste, wo man halt hier in diesem Fall das Radio, aber auch Spotify oder Ähnliches einblenden kann. Und dieses Fenster kann man so ein bisschen nach oben schieben, um dann leichter zu navigieren. So hat man eigentlich immer alles im direkten Zugriff und alle Funktionen werden zeitgleich auf dem Display angezeigt. Wie bekommt man diese Funktion jetzt auf das Android-Display, was ja doch deutlich kleiner ist? Ich hatte mir hier viel erhofft, weil die Architektur von Android ja auch recht offen ist mit Widgets und so weiter. Vielleicht gibt es auch eine App, die so ein bisschen ein Tesla-Feeling bringt, aber eins vielleicht schon vorab. Mein GPS gleich neben dem Lenkrad konnte das nicht ersetzen. Also die Geschwindigkeitsanzeigen dort in der Mitte sind einfach zu weit weg vom Blickfeld und ja, um meine schlechte Tacho-Ablesung ein bisschen zu unterstützen, habe ich mir diesen kleinen Tacho dort eingebaut, den man relativ smart am Lüftungsschlitz dort installieren kann und der dann doch besser als der Original-Tacho die Geschwindigkeit zeigt. Der wird übrigens an die OBD-Schnittstelle angeschlossen, kommt genauso wie das Radio direkt aus China, ist relativ günstig und lässt sich da einfach befestigen mit so einem Handyhalter und bringt sogar noch so eine kleine Geschwindigkeitswarnung mit, wenn man ihn entsprechend programmiert. Jetzt geht es aber erst einmal auf große Fahrt in die Ferien. Ich hatte mir im Vorfeld schon einige Apps auf das Gerät geladen. Ich habe auch mit Launchern experimentiert, das sind solche Programme, die beim Start automatisch geladen werden und dann so eine kleine Menü-Überfläche, so ähnlich wie beim Autoradio, bereitstellen und wollte das jetzt alles unterwegs ausprobieren. Gestartet sind wir aber ganz klassisch mit unserer Co-Pilot-App, die wir schon in den vorherigen Urlauben immer eingesetzt haben. Das ist ein Offline-Navi, was die Karten halt aufs Gerät runterlädt und auch speziell für Wohnmobile gemacht ist. Man kann also die Größe des Fahrzeugs hinterlegen. Insofern eigentlich ein sehr guter Reisebegleiter fürs Wohnmobil. Etwas enttäuscht war ich von der Grafik von Co-Pilot. Da war ich einfach unter iOS was Besseres gewohnt. Ihr seht hier so ein bisschen diese schwarz hinterlegten Icons. Das sieht unter iOS einfach ein bisschen runder aus, mag hier aber auch an der Hardware oder auch an der Software von Android liegen. Ist ja auch nicht die ganz aktuelle Version. Was ihr hier noch seht, ist dieses rote Overlay. Das ist die Amigo App von TomTom, die relativ schön und kompakt hier die aktuelle Geschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit gleichzeitig darstellt und sich als Overlay über jede andere App drüberlegen lässt. Das ist so eine kleine Funktion, die recht smart ist und die wir im Zusammenhang mit ganz vielen anderen Apps während der Reise auch noch getestet haben. Vom Funktionsumfang ist Co-Pilot absolut zu empfehlen. Gerade weil es ein Offline-System ist, das Internet nicht braucht, weil es speziell für Wohnmobile gemacht ist, weil es Gefahrenwarnung an Bord hat. Alles super, aber wenn man im Urlaub ist, fährt man meistens mit Navi. Und das Navi würde quasi ständig den gesamten Bildschirm blockieren. Wenn man in Spotify den Titel wechseln will, muss man die App verlassen. Das sind Dinge, die uns nicht so gefallen und deswegen würden wir gerne noch andere Alternativen prüfen. Doch wir sind erst mal angekommen an unserem ersten Ziel auf halber Strecke zwischen Mecklenburg und Harz hier in Havelberg. An der Havel, übrigens auf einem wunderschönen kleinen Zeltplatz auf einer Insel. Wir haben festgestellt, dass wir genau vor zehn Jahren auf genau der gleichen Reise hier auch schon mal auf halber Strecke Rast gemacht haben. Ja, ganz interessante Anlage, recht schön gelegen, wenig los im Oktober, aber Minigolf für die Kinder immer super. Und die Stadt Havelberg ist ein süßes kleines Städtchen und gerade abends lädt es nochmal zu einem Spaziergang ein. Immer eine Reise wert. Am nächsten Morgen wollten wir dann mit einer neuen Oberfläche auf dem Gerät unterwegs sein. Deswegen habe ich abends noch einen neuen Launcher eingestellt. Dazu muss man relativ tief in den Menüs graben und die Start-App finden. Die ist standardmäßig auf Übersicht eingestellt und wenn man dann Launcher installiert hat, kann man hier auch Alternative auswählen. Zum Beispiel den Agama-Car-Launcher. Der ist recht populär, sieht aus wie ein modernes Autoradio und ich habe abends dann noch die Tasten alle programmiert. Das Besondere ist, dass der Launcher in der Mitte so ein Multifunktions-Display hat, wo man verschiedene Funktionen einstellen kann. Unter anderem auch ein Navi, sodass man hier die Möglichkeit hätte, halt nicht immer im Vollbild-Navi unterwegs zu sein, sondern einfach die wichtigen Navi-Informationen in der Mitte darzustellen. Leider kennt der Launcher nur drei Navis. Zwei davon habe ich noch nie gehört und eins ist Google Maps. Was insgesamt ein gutes Navi ist, aber natürlich ein Online-Navi. Man braucht also hier eine aktive Internetverbindung. Vor Abfahrt sieht es dann so aus, dass man das Radio startet und man landet sofort im Launcher und muss jetzt erst einmal das Navi starten. Das geht mal schnell, mal weniger schnell über die verschiedenen Funktionen, die man da einprogrammieren kann und ist dann hier in Google Maps. Google Maps als Navi ist natürlich eine super Lösung. Leider natürlich komplett auf eine Internetverbindung angewiesen. Aber wenn man die dann hat, dann hat man hier wirklich eine Fülle von Funktionen. Allein die Möglichkeiten, ein Ziel zu suchen oder auch Informationen zum Ziel anzuzeigen, wie Öffnungszeiten, Adressen, Telefonnummern und so weiter. Funktioniert natürlich mit Google Maps super. Und wenn man dann das Ziel gefunden hat, kann man im Grunde Google im Hintergrund navigieren lassen und die Navigationsinformationen werden einem dann im Launcher in diesem Mitteldisplay angezeigt. Und eine kleine Besonderheit gehört Google Maps noch. Die kann man zwar deaktivieren, aber wenn man jetzt zurückgeht in die Übersicht, dann blendet Google auch noch so ein kleines Overlay ein, wo man dann die wichtigsten Informationen auch noch in einem kleinen Extra-Fenster über dem Launcher anzeigen lassen kann. Und weiter geht die Fahrt, bestens dokumentiert durch unsere Dashcam. Die haben wir eingebaut im Zusammenhang mit dem Radio. Und ihr seht hier das Original-Dashcam-Bild, wie man es dann von der SD-Karte runterlädt. Und man kann nur sagen, es funktioniert. Wir haben ja noch ein bisschen Reflexion in der Frontscheibe. Wahrscheinlich ist die Kamera noch ein bisschen weit weg von der Scheibe. Deswegen sieht man so ein bisschen die Spiegelung des Armaturenbretts. Das kann man sicherlich noch optimieren. Die Bedienung ist eigentlich auch relativ einfach. Sobald das Radio an ist, nimmt die Dashcam auf. Immer so drei Minuten Videoschleifen auf einer SD-Karte, die aber ständig überschrieben werden. Und nur wenn man das Video behalten will, muss man kurz in die App rein wechseln und so einen Lock-Button drücken. Dann wird der Clip abgespeichert und man kann ihn später von der SD-Karte runterladen. Ja, wie ist die Bildqualität im Vergleich zur GoPro, die wir vorher immer an der Frontscheibe hatten? Natürlich nicht ganz optimal. Wenn das Licht gut ist, dann sieht es manchmal auch ganz vernünftig aus. Aber ihr seht hier, es ist ein bisschen diesig und es ist nicht das, was wir jetzt unbedingt gewohnt fahren. Inwiefern ich das jetzt in meinen Videos verwende, weiß ich noch nicht. Seinen YouTube-Abonnenten möchte man ja immer die beste Bildqualität präsentieren. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob das jetzt das ist, was ich mir da wünsche. Vielleicht werde ich doch hier und da, gerade wenn es eine wirklich schöne Landschaft ist, auch nochmal die GoPro an die Scheibe hängen. Aber zur Dokumentation der Fahrten und insbesondere natürlich zur Dokumentation von irgendwelchen Unfällen oder besonderen Verkehrssituationen. Dafür ist ja eine Dashcam eigentlich da. Dafür ist das gut genug und da muss man auch sagen, tut die Dashcam ihren Dienst und ist wahrscheinlich auch den kleinen Aufpreis wert. Wie schlägt sich jetzt der Agama Car Launcher in Verbindung mit Google Maps? Ja, leider nicht so gut wie erwartet, denn man hätte sich jetzt gewünscht, dass hier in der Mitte eine kleine Karte zum Beispiel dargestellt wird. Nein, stattdessen eine Pfeildarstellung, was okay ist, aber die Schrift, die sozusagen ansagt, in welcher Entfernung der nächste Abbiegevorgang stattfindet, in welche Straße man einbiegen soll, wird einfach zu groß dargestellt. So, dass je nach Verkehrssituation das mal besser, mal schlechter zu erkennen ist, aber eigentlich nicht wirklich was bringt, wenn man wirklich ein Navi braucht. Gut ist, dass man den Launcher so programmieren kann, dass er Spotify steuert, dass er also den aktuellen Titel anzeigt und man kann vor und zurück springen. Allerdings, wenn man dann wiederum tatsächlich eine neue Playlist oder ähnliches auswählen möchte, dann muss man wieder direkt zurück in die Spotify App springen. Was man jetzt noch machen kann, ist, dass man Google Maps so programmiert, dass es beim Abbiegen noch so ein Overlay erzeugt mit genaueren Informationen, hier zu sehen in grün. Das ist natürlich jetzt eine Verbesserung, aber am Ende ersetzt es doch kein großes Navi. Was da noch aufgefallen ist, ist, dass man jetzt natürlich Overlays nutzen kann, zum Beispiel hier das Amigo Overlay mit der Geschwindigkeit und der Maximalgeschwindigkeit oder auch das von Google Maps, was nochmal eine kleine Karte anzeigt. Aber wenn man diese Overlays jetzt über dem Launcher darstellt, wird es schnell unübersichtlich und die Funktionen, die man gerade braucht, sind dann halt nicht erreichbar. Also auch keine gute Lösung am Ende. Im Endeffekt haben wir dann zurückgeschaltet auf Google Maps im Vollbild und da zeigt sich dann wieder, was für ein gutes Navi das eigentlich ist. Wir haben später sogar noch eine Funktion gefunden, um Spotify fernzusteuern aus der App heraus und es gibt dann nur wenige Nachteile noch. Das eine ist, es ist natürlich ein Online-Navi. Man kann allerdings schon die aktuelle Strecke offline runterladen. Das zweite ist, es ist nicht wohnmobilspezifisch. Und das dritte ist, es gibt keine Anzeige der Höchstgeschwindigkeit. Und das ist eine Funktion, die ich nicht missen möchte. Da kann man sich aber behelfen mit diesem Amigo Overlay von TomTom, was sich auch ganz gut einfügt hier in Google Maps. Man muss es vielleicht ein bisschen hin und her schieben. Das macht man aber ganz am Anfang der Fahrt einmal und das lohnt sich dann auch. Und es war wieder Zeit für einen Zwischenstopp. Und ja, als Ingenieur bin ich natürlich immer interessiert an großen technischen Bauwerken. Und das ist hier wirklich was ganz Interessantes. Das ist das Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg. Hier fließt der Mittellandkanal über die Elbe in einer Trugbrücke. Und sich das anzuschauen, das lohnt auf jeden Fall mal. Man muss sich hier das so vorstellen, dass da quasi der eine Fluss über den anderen fließt in so einer Art großen Badewanne. Das Wetter war hier nicht so perfekt. Dennoch ein schöner kleiner Zwischenstopp sehr zu empfehlen, um sich mal kurz die Füße zu vertreten und ein bisschen was anzuschauen. Je näher wir jetzt dem Harz kam, desto schmaler und schöner wurden die Straßen. Unser Fernziel an diesem Tag war Elbingerode, der Campingplatz am Brocken. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, als ich vorhin das Ziel in Google Maps einprogrammiert habe. Google hat uns dort gut hingebracht und das Wohnmobil ist dann dort einige Tage stehen geblieben. Wir haben vom Campingplatz aus dann einige Ausflüge in der Gegend unternommen. Musik 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 Am letzten Tag haben wir dann den Platz in Elbingerode verlassen, um noch eine Nacht in Blankenburg zu stehen, am Rande des Harzes. Und wenn ihr dort mal mit dem Wohnmobil hinfahrt, dann achtet genau darauf, wo der Wohnmobilstellplatz ist. Denn hier oben auf dem Berg gibt es einen örtlichen kommunalen Wohnmobilstellplatz, der sehr schön geräumig ist. Aber hier unten, da wo die Schilder stehen, da gibt es auch noch einen privaten Platz. Und der ist tatsächlich ein bisschen eng. Da oben hat man es ein bisschen bequemer. Von daher fahrt ruhig nochmal eine Stufe weiter hoch auf den Parkplatz, wenn ihr dort seid. Am nächsten Morgen haben wir dann wie jeden Morgen mit Radiomusik gefrühstückt. Ja, Radio gibt es auch in diesem Gerät. Und wenn man auf das kleine Widget klickt, dann auch noch mit deutlich mehr Informationen. Dann ging die Fahrt los Richtung Heimat durch Blankenburg. Erstmal hier bei den Schlössern lang und dann wieder auf die Autobahn. Und mittlerweile hatten wir dann unseren Weg gefunden, mit den vielen Apps auf dem Gerät umzugehen. Und die Lösung war im Grunde ganz einfach. Wir haben einfach die Standard-Oberfläche genutzt, keinen Launcher. Und haben uns mit Widgets hier eine Übersicht gebaut, wo Platz ist für alles. Vielleicht nicht die optimale Lösung wie im Tesla, aber dennoch sehr funktional. Am Abend vorher habe ich mir dann alles so eingestellt, wie ich es brauche. Das muss man im Grunde nur einmal machen. Und ja, Android hat ja diese verschiedenen Homescreens, zwischen denen man so hin und her swipen kann. Da habe ich mir im Grunde die Apps hingelegt, die ich so brauche. Aber auch nicht mehr. Und ich habe viel Platz dazwischen gelassen für Widgets. Hier war gerade das Wetter zu sehen. Weiter vorne gibt es ein Widget für Spotify zum Beispiel. Und wenn man jetzt mit Google Maps navigiert, dann gibt es die Möglichkeit, so einen Overlay, das habt ihr vorhin schon mal gesehen, in einem anderen Zusammenhang, sich auf eine dieser freien Flächen auf dem Screen zu legen. Also erst einmal das Ziel einstellen. Und wenn man dann die Route gestartet hat und zurückgeht auf den Homescreen, dann wird Google Maps automatisch dieses kleine Fenster dort unten hinlegen. Das liegt erst einmal an der falschen Stelle. Wenn man es dann aber in eine dieser Lücken zieht, die man sich vorher gelassen hat, dann hat man eine kleine Karte und sieht die wichtigsten Funktionen recht gut im Überblick. Dann noch Amigo starten für die Geschwindigkeit und die Höchstgeschwindigkeit. Und wenn man es vorher schon mal eingestellt hatte, dann legt es sich ganz automatisch in die entsprechende Lücke. Kann man hochkant machen, kann man quer machen. Und hier seht ihr jetzt, haben wir einen Bildschirm, der die wichtigsten Funktionen vereint, so wie wir es aus dem Tesla kannten, mit der Multimedia-Funktion. Navi hier natürlich deutlich kleiner und all den anderen wesentlichen Funktionen, die man so braucht beim Fahren. Einen kleinen Nachteil gibt es nur, wenn man aus irgendeiner App, aus irgendeiner Ansicht auf den Home-Button klickt, dann landet man immer auf dem Startscreen. Den kann man auch leider nicht anpassen, aber dann einmal zur Seite gewischt und dann hat man die selbstgebaute Ansicht, so wie man sie braucht. Ja, mit so einer selbstgestalteten Konfiguration sollte jeder Nutzer dann eigentlich eine Lösung für sich finden. Wir sind mit unserer hier recht zufrieden. Ich glaube dennoch, wenn wir zum Beispiel ins Ausland fahren, wieder in den Urlaub oder in Gegenden, wo man sich nicht auskennt, dann wird es nicht ganz ohne so ein Vollbild Navi gehen. Wie zum Beispiel Co-Pilot, allein schon wegen den Wohnmobilspezifischen Karten. Aber wenn man dann im Ausland unterwegs ist und eine schöne Landschaft anschaut, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass man Spotify superflüssig bedienen kann. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Navis und es kommen auch immer wieder neue Apps auf den Markt, die viele interessante Funktionen mitbringen. Zum Beispiel eine Fernsteuerung für den bevorzugten Medienplayer, zum Beispiel Spotify, oder halt das Overlay, was wir bei Google Maps gesehen haben. Oder was ich auch schon gesehen habe, sind halt Widgets, die sich einfach in diese Homescreens einbinden lassen. So kann jeder im Grunde seine Lösung für sich selbst finden. Vieles von dem, was wir jetzt gesehen haben, funktioniert so richtig nur, wenn man mit dem Gerät ständig online ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Router im Kleiderschrank. Dazu gab es auch schon Nachfragen. Gerne stelle ich den in einem der nächsten Videos mal vor. Andere verbinden das Radio ständig mit einem Hotspot, zum Beispiel mit dem Handy oder mit diesen kleinen tragbaren Geräten, die man so mitnehmen kann. Wer sowas nicht an Bord hat, dem empfehle ich unbedingt, so einen Apple CarPlay Adapter per USB am Radio anzuschließen. Die gibt es nicht nur für Apple, sondern auch für Android Auto. Also schließt man per USB ans Radio und kann wiederum sein Telefon anschließen. Und dann kann man ganz viele Funktionen von seinem Telefon direkt auf dem Radio nutzen und braucht dann eigentlich keine direkte Anbindung an das Internet mehr. Auf dem letzten Teil der Reise habe ich dann CarPlay ausprobiert und ich muss sagen, ich war schon ziemlich begeistert. Hier hat man im Grunde den gesamten Funktionsumfang des Radios nochmal komprimiert durch die Verbindung mit dem Handy, also Navigation, Musik abspielen, seinen Kalender zum Beispiel, Messenger-Funktion, Siri und so weiter. Und das Beste ist, man macht das alles über die Internetverbindung des Telefons. Wahrscheinlich ist CarPlay am Ende noch am dichtesten dran an der Lösung von Tesla, was so die Nutzung des Bildschirms und die Anzeige der verschiedenen Informationen angeht. Ich glaube sogar, dass die 350 Euro, die man hier investieren muss für das Radio und den Adapter, eigentlich diese Funktion allein schon wert sind. Aber auch hier ist nicht alles perfekt. Zum Beispiel kann man recht wenig individualisieren und zum Beispiel hat zumindest diese Standard-Navigationslösung von CarPlay überhaupt keine Wohnmobildaten, die irgendwie für ein Wohnmobil interessant wären. Was mir zum Beispiel auch gefehlt hat, ist die Anzeige der Höchstgeschwindigkeit. Das ist so eine Funktion, die erwarte ich einfach von so einer Lösung. Aber hier kann sich natürlich noch viel tun. CarPlay wird auch regelmäßig geupdatet. Es gibt auch immer mehr Apps, die CarPlay unterstützen und wer weiß, was da in der Zukunft noch kommt. Von daher eine Lösung, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. So, wir sind gut wieder zu Hause angekommen. Das Wohnmobil ist mittlerweile längst im Winterlager und aufgrund der aktuellen Lockdown-Situation sieht es auch nicht so aus, als würden wir in diesem Jahr noch viel unterwegs sein werden. Wenn das Video euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder auch einfach nur einen Daumen hoch. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das ruhig. Es wird ja auch in der nächsten Zeit noch viele interessante Dinge zu sehen geben. Wenn ihr Fragen habt oder auch Themenvorschläge für neue Videos, dann schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ich bin immer total dankbar für Feedback und hoffe, dass ich euch hier und da auch einfach bei euren Problemen so weiterhelfen kann. Doch bis zum nächsten Video sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Bis bald. Bleibt gesund und allzeit gute Fahrt.